Was ist Webtexte bei Nutzern und Suchmaschinenpunkten? Der Titel ist «Webtexte bei Nutzern und Suchmaschinenpunkten». Was ist Webtexte bei Nutzern und Suchmaschinenpunkten? Sie lernen auch, Suchbegriffe zu definieren und in den richtigen Textelementen einzubauen. Sie lernen zudem die Unterschiede kennen zwischen den verschiedenen Textsorten, wie Blogbeiträge, Webtexte, Kampagnen, Landingpages usw. Der konkrete Nutzen ist, dass durch hoch und nutzwertigen Content mehr Besucher auf die Webseite gelangen, dass sie da begeistert sind, dass sie sich länger aufhalten und sich länger mit der Marke beschäftigen. Dadurch wiederum steigt die Präsenz in Suchmaschinen, weil dies positive Nutzersignale generiert. Der persönliche Nutzen der Teilnehmer ist, dass ihre Schreibkompetenz gestärkt wird und dass sie mehr Spass am Schreiben haben. Der Kurs ist geeignet für alle, die sich mit Webseiten beschäftigen, selber Texte erstellen, ihre Kompetenz stärken und ihr Wissen erweitern möchten auf diesem Gebiet. Die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren sind Nutz und hochwertigen Content erstellen. Ihn so zu erstellen, dass er die Benutzer begeistert und von Suchmaschinen gefunden wird. Ich bin seit 13 Jahren selbstständige Werbetexterin und Fachautorin mit Schwerpunkt Online Texte und seit vier Jahren auch Lehrbeauftragte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft im Chor. ... ... ... ... ...